William Shakespeare schrieb Fürchte dich nicht vor Größe. Manche werden mit Größe geboren, andere arbeiten sich zur Größe empor und anderen wird Größe zugeworfen. Jeder hat die Chance zur Größe. Selbst wenn wir nicht mit Größe geboren werden, so kann man sie sich erarbeiten und manchmal wird einem auch die Chance zugeworfen. Die Frage ist, wie finde ich meinen Weg zur Größe? Wie helfe ich meinen Mitarbeitern zur Größe zu gelangen? Winston Churchill erkannte, der Preis der Größe ist Verantwortung. Viele der Probleme, denen Sie sich als Manager und Führungskräfte gegenüber sehen, erledigen sich von selbst in einem Klima von hohem Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Da jedes Unternehmen Größe anstrebt, sollten wir uns dieser konservativen und wenig sexy klingenden Werten stellen, nämlich Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Wie etablieren wir in unserem Unternehmen ein Klima von Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein, um am Ende Herausragendes zu leisten? Wo fangen wir an? Wir starten mit der Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen, denn sie können Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein nicht kultivieren, ohne Menschen zu beeinflussen. Dazu erstens, bauen Sie Beziehungen auf. Menschen fühlen sich denjenigen, die sie kennen, viel verbundener als denjenigen, die sie nicht kennen. Wenn Sie also möchten, dass Mitarbeiter sich Ihnen gegenüber verbunden fühlen, müssen Sie sie persönlich kennen. Bauen Sie Beziehungen auf. Zweitens, seien Sie Vorbild. Zeigen Sie Mitarbeitern, was Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein bedeutet, indem Sie es vorleben. Drittens, Werte, Überzeugung und Visionen. Beeinflussen Sie Menschen durch starke Werte, Überzeugung und Visionen. Aber reden Sie nicht nur darüber. Demonstrieren Sie sie. Denn Menschen reagieren mehr auf das, was sie sehen, als auf das, was sie hören. Menschen interessiert nicht, was sie ein Leitbild nennen und an die Wand hängen. Sie wollen dieses Leitbild und diese Grundwerte gelebt sehen, in jeder Entscheidung, die sie treffen, und in jeder Handlung, die sie vollziehen. Das ist, was Menschen prägt. Aber die Grundwerte sollten nicht nur Ihr Unternehmen betreffen. Sie und Ihre Mitarbeiter müssen auch Ihre eigenen, Ihre persönlichen Werte kennen und Ihr Handeln danach ausrichten. Je besser Ihre Mitarbeiter Ihre eigenen Werte kennen, desto wertvoller sind Sie für das Unternehmen. Genau darum geht es bei uns am Seminar Werteorientierte Mitarbeiterführung. Klären Sie Ihre Werte als Führungskraft. Zeigen Sie Ihre Größe und erlernen Sie, wie Sie ein werteorientiertes Klima schaffen, in dem auch Ihre Mitarbeiter zur Größe wachsen. Melden Sie sich an, am besten noch heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020